Hallo Leute, heute bin ich's mal, euer Marco hier vom SYNN Performance Camp in Wetzlar. Heute haben wir eine ganz spezielle Übung für euch zum Thema Brustschimpf. Es geht um die Wasserlage. Und zwar macht ihr bei jedem Armzug, wenn ihr nach oben kommt, tippt ihr euch an die Brust und versucht dann die Höhe, die ihr aufgebaut habt, mit nach vorne zu übernehmen. Also wirklich schön ein bisschen ins Holkreuz gehen und dann den Armzug an der Wasseroberfläche möglichst weit nach vorne ziehen. Es hilft euch bei eurer Wasserlage einfach, dass ihr die Höhe gut und eine schöne Technik mit übernehmen könnt. Wir spielen das jetzt mal 25 Meter aus. Heute mit allen Teilnehmern. Ich brauche mal bis zu Höhe. Ich muss es einmal vor. Und dann einfach nachmachen. Stunden, Stunden, Stunden! Das war's für heute. Die Übung ist schon ein bisschen fortgeschrittener, aber probiert es einfach mal zu Hause aus. Beim Brustschirm geht es wirklich darum, einfach mal ein bisschen mit der Technik zu spielen, neue Sachen auszuprobieren und dann wird es auch immer besser werden. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße! Vielen Dank!